Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein winterliches Get Ready With Me für euch. Das Ganze ist zusammen mit der lieben Luisa von Lu Allure entstanden und die macht wirklich ganz, ganz tolle Videos. Also schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.